So, übrigens der Ball, damit kann man auch ein Easter Egg, ja egal, machen wir irgendwann anders mal. Also man kann den Ball von dem Dach abmontieren und dann durch die Gegend rollen, das wollte ich sagen. Das ist ein Easter Egg, aber das wollen wir nicht jetzt machen. Ist auch eigentlich relativ unspannend. So, fahren wir mal in Richtung dieser komischen Gebilde. Vielleicht ist das ja tatsächlich der Steinbruch, denn eventuell kriegen wir da ordentlich Kohle, 15.000 Dollar, wenn wir den Typen ausschalten. Also man muss es sich doch zumindest mal anschauen. Oder was meint ihr? Das sieht irgendwie aus nach einem Sportwagen. Ja, der ist bestimmt schneller als mein komischer Truck und deswegen auch, wenn es euch wahrscheinlich wieder abwackt. Ich brauche doch mal irgendwie was Schnelleres, ganz ehrlich. Und danach wechsle ich auch nicht mehr, weil mit dem bin ich ja sehr zufrieden. Let's go! Dankeschön, schönen Tag noch. Sie können da den Truck nehmen. Okay, jetzt vielleicht nicht mehr, jetzt ist ihr Bein gebrochen. So, das sieht doch tatsächlich nach einem Steinbruch aus. Wir gehen mal gucken. Oh, wen habe ich denn jetzt überfahren? Oh, habe ich jetzt das Wüstenketzchen angefahren? Sorry! Aber er lebt noch, ist weitergelaufen. Ist anscheinend nicht verletzt. Okay. Fährt hier gerade einen Zug lang? Nö. So, bin ich mal gespannt. Wo haben wir hier den Typen? Guten Tag! Ich sehe jemanden, den man umbringen könnte. Hallo, hallo, schönen Tag, hallo. Äh, schönen guten Tag meinte ich. Wo könnte hier der Typ sein? Ach, guck mal, da unten ist da jemand. Gehen wir doch mal nachschauen. Einmal die Musik ausmachen, damit das auch seriöser wirkt. Schönen guten Tag. Du kommst mit mir, Sonne. Oh, schade! Oh, warte mal, jetzt habe ich immer noch den Elektroschocker ausgewählt. Erstmal den Reifen zerschießen. Da kann der schon mal nicht so gut abhauen. Und dann habe ich sowieso das schnellere Auto. Man könnte natürlich auch den dicken Chuck nehmen, aber wir fahren jetzt einfach mit dem, mit dem schönen Sportwagen hinterher. Mal gucken, ob der irgendwann anhält. Oder müssen wir den, ich meine, ich könnte den jetzt auch einfach so schnell abknallen, aber vielleicht kann man doch noch ein bisschen hinter dem herfahren, ein bisschen Verfolgungsland spielen. Habe ich nicht vielleicht sogar Granaten dabei? Oh, Haftbomben, da machen wir es stylisch. Warte mal, noch eine. Wir machen das schon, wenn richtig spaßig. Fahr du ruhig weiter. Ist alles in Ordnung. Ich habe da nichts an deine Seite geklebt. So, fahr noch ein bisschen. Flüchtlinge hat ihn erledigt. Ralf Ortschowski. So, einen Stern haben wir bekommen, dafür, dass ich hier auf der Straße mal eben ein Auto in die Luft gesprengt habe und jemanden umgebracht habe. Aber das heißt, wir fahren mal, wir flüchten mal. Der eine Stern sollte ja bald weg sein. Sorry. Ja komm, der eine Stern geht doch wohl jetzt weg, oder? Na hallo, es ist nur ein Stern-Spiel. Danke. So, den haben wir ausgeschaltet. Und jetzt? Kriegen wir auch was dafür, oder? Ich glaube, ich rufe die einfach mal an. Mal gucken, was sie zu sagen hat. Wo haben wir sie denn? Da, Mord. Das sind Mords von Grape-Seed. Bitte schaue ein Messer, wenn ihr irgendwelche Informationen habt, relaten zu den Wachstaben der unkündigte Delinquenz. Ich habe doch Informationen über eine... Ja, egal. Anscheinend ist es dann auf jeden Fall geschafft und wir kriegen dann wahrscheinlich irgendwann Meldungen von wegen erfolgreich ausgeschaltet und so weiter. Dann würde ich sagen, fahren wir jetzt zu dem nahegelegenen Flugplatz einfach und holen uns da was Fliegendes und fliegen dann mal zu Cletus rüber. Der wohnt ja noch weiter in Norden. Warum stehen hier so komische Jeeps mitten in der Wüste rum? Mysteriös, das Ganze. Ein geheimes Meff-Labor. Und ein Traktor. Oh, wie geil ist das denn? Hallo, Traktor. Also, der Wagen eignet sich jetzt nicht so sehr zum Offroad-Fahren. Aber gut, dass wir da vorne wieder eine Autobahn haben. Auf die ich gar nicht soll, aber ich fahre trotzdem mal auf die Autobahn. Ich nerv' euch, ich weiß. Jetzt kurz gucken. Ah, okay, ist der gleiche, nur in schwarz. Schönen guten Tag. Oh, ein Benzinkartister. Ihr meintet ja auch, da muss ich mal noch irgendwann Blödsinn anstellen, ne? Wir können ja mal zumindest das Ding mitnehmen. So, dann nehmen wir den mal mit, damit ihr euch nicht beschwert, weil ich wollte mal irgendwann damit ein bisschen Scheiße bauen, aber nicht gerade jetzt. Machen wir aber noch. So, dann fahren wir mal in Richtung Flugplatz. Also, so richtig schnell will der Wagen nicht mehr fahren. Da hängt irgendwas auf der Straße. Egal. Wir sind jetzt auch da. Ich hoffe nur, dass irgendwas Fliegendes da vorhanden ist. Ja, der Hedi steht hier. Das ist schon mal sehr gut. Das Flugzeug kann ich ja nicht nehmen. Vielleicht landet ja auch einer. Normalerweise landet auch immer einer. Meistens. Meistens landet einer, wenn man da hinfährt. Aber wenn nicht, dann nehmen wir jetzt einfach den Hedi. Wir müssen uns demnächst einfach mal ein Jet klauen und hier in den Hangar stellen. Da haben wir das. Können wir eigentlich demnächst auch mal machen. Jetzt haben wir ja Fallschirme in den Helikoptern und Flugzeugen. Dann geht das eigentlich ziemlich einfach, sowas zu klauen. Aber so lange können wir ja noch den Privateli nehmen. Richtig? Richtig. So, dann fliegen wir mal Richtung Cletus. Ich denke, bei Cletus ist immer ein Clitoris irgendwie. Der Name erinnert mich so daran. Cletus, Clitoris. Hat schon Ähnlichkeit, ne? Vielleicht ist es auch meine versaute Gedankenwelt, die schuld ist. Müssen wir jetzt über den Berg drüber oder können wir einfach so schräg drumherum, ne? Ich würde mich auch mal interessieren, ob wir nicht mal irgendwann mit Tauchboot oder Taucheranzug da in den See tauchen sollen, weiter da hinten, denn da müsste ja dann das Flugzeug von Maryweather immer noch unter Wasser liegen. Das würde mich natürlich interessieren, ob das tatsächlich da ist. Das wäre dann wieder ein Pluspunkt für das Spiel, Realismus-mäßig gesehen, dass das Flugzeug da jetzt auch wirklich liegt, nachdem wir da das Abstürzen haben lassen. Aber das, ja, könnte man irgendwann mal schauen dann. Kommt auf meine Liste mit den tausend anderen Sachen, die ich noch machen möchte in dem Spiel. Aber eine von den Sachen waren eben auch bei Trevor mal die Fragezeichen-Sachen und hier oben zu Cletus zu fliegen. Also machen wir das jetzt. Er wohnt ja wirklich komplett im Kaff, komplett noch hinter dem Berg. So ein richtiger Hinterwäldler. Also da hinten, da war ich, glaube ich, so fast noch nie unterwegs. So, dann wollen wir mal landen. Wo haben wir denn den Typen hier? Irgendwo da unten. Er war doch derjenige, wo man irgendwie Sachen abschießen musste, so Satellitenschüsseln oder so. Wahrscheinlich will er mit uns jagen gehen. Kann das sein? Mal schauen. Wir landen mal. Landen, der will jagen, müssen wir auch noch. Oder wollen wir auch noch irgendwann mal machen. So ein normales Jagen ohne den. Na ja, mal schauen, was er für uns hat. Hallo. Ah, Scharfschützen wieder dabei. Ah, das ist mein Lieblingsmann. Wie geht's, Cletus? Fertig und dandy, Sir. Sind Sie bereit, etwas Elk zu holen? Ah, ich schaffe Satellit-Däsche. Liede den Weg. Oh, hier geht's. Jetzt, äh, schau das in deinem Mund. Ein schlechter Tag zu holen, ist immer noch ein guter Tag zu arbeiten, wie mein Vater immer gesagt hat. Was ist das? Man muss aber auch mal ganz klar wieder sagen. Was ist dieses Ding in meinem Mund? Und warum habe ich das Gefühl, ich bin nicht die erste Person, die es benutzen? Ich erkläre das in einem Moment. Wir beginnen mit den Basinen. Just for now. Elk senses are razor sharp. If they see you or hear you, you'll spook them, and they'll boat. You gotta move slowly and quietly and keep that aside. But an Elk's nose is as big as defense. When you're tracking elk, you always need to watch the wind direction. If you don't stay downwind of them, they'll pick up your scent and be gone before you can say, boo. Especially with that distinctive, uh, musk of yours. Ich kenne Pott und Kettel an das, mein Freund. Okay, das ist eine prime Aree hier. Du fühlst dich bereit, Trevor? Rrr, Aaron to go! Okay, wir sehen, ob wir uns selbst ein Elk machen können. Ich sah ein junger Lohr, der an dem Untertitel hat, um seine Älteren zu schrauben, nicht zehn Minuten vor. Ich hoffe, ich werde uns nicht gewinnen, also ich werde uns nicht gewinnen, ich werde uns nicht gewinnen, also ich werde uns nicht gewinnen. Erstmal finde ich es lustig, dass in dem Untertitel, der immer steht, war Petey, obwohl er von Elk spricht. Und Elk ist für mich ganz eindeutig ein Elch. Und da könnte man ja auch Elchen schreiben. Außerdem müssen wir leise sein, müssen unten rechts, die, es ist ganz klein zu sehen, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, wahrscheinlich schon, die Windgeschwindigkeit im Auge halten. Vor allem, in welche Richtung das Ganze geht, damit wir nicht, ja, in Richtung, Windrichtung gehen. Also, ihr wisst schon, was ich meine, damit er mich nicht riechen kann, so. Und wir sollen den Typen da jetzt, äh, den Typen, genau, den Elch da hinten erschießen. Kann ich nicht einfach von hier aus schon schießen? Geh'n, putt'n runter! Den war Pidgey-Amba. Ja, wir haben den doch jetzt schon. Also, nichts anderes aus hier. Oh, wir müssen uns sehen, ob wir einen in den Öffern können. Das ist, wo das Ding, den du aufhörst, kommt in. Ah, ja, bitte, enlighten mich, es klingt wie eine alte Person. Das ist ein Diaphram. Mhm, ein Elch-Wiesel, du und ich. Alles klar, gib's einen guten Blut. Mal sehen, ob wir einen näheren Elch holen können, um sie zurückzuhalten. Sieht so, wie jemand einen Klarnet-Spieler strangt. Und ich spreche von Erfahrung. Okay, da hinten müsste der Nächste sein. Ja, da ist er. Was mich extrem stört, was mich extrem stört, ist, dass wir hier gerade quasi zum Spaß jagen. Ich hab nichts dagegen, wenn Leute jagen gehen. Aber ich mag das eigentlich nicht, wenn man Tiere... Ich mein, das ist jetzt wieder lächerlich. Ja, warte, lass mich kurz quatschen. Was ich ja... Das ist natürlich jetzt lächerlich, das zu sagen, weil ich überfahr ständig Leute und so weiter. Aber unabhängig jetzt vom Spiel gesehen, echt würde ich auch niemanden umbringen, aber unabhängig vom Spiel gesehen, ich finde, dass Jagen an sich ja eine gute Sache ist, vor allem, wenn es darum geht, in heimischen Wäldern irgendwelche Artenbestände zu regulieren und so weiter. Das soll ja auch gemacht werden. Aber ich find's schade, wenn man so aus Spaß, wie die beiden jetzt jagen, gehen einfach, um Tiere zu erschießen. Ich find, wenn, dann muss man die auch essen. Dann kann man auch so ein Elch mal erschießen, wenn man den dann auch verspeist, okay. Aber ich find, so Spaß töten muss eigentlich nicht sein. Naja, gut. Aber ist ja nur ein Spiel, also geben wir dem süßen Tierchen da mal einen Headshot. Der ist tot. Ja, hab ich. Okay, folge mich. Wir gehen ein bisschen weiter in. Bleib ruhig. Ich denke, wir haben einen Mütterpferd hinterher. Lass uns das mal. Erinnern, wenn es ein Pferd ist, sind wir nur hier für die Mail. Keine Döse. Das ist meine Regel. Also, wenn du einen mit keinen Antlern sehen, Lass uns das mal an. Blöde deinen Wissel wieder. Schau, ob du einen Bissel bekommst. Okay, das ist gut. Gleiches wie vorhin. Schön und ständig. Du kannst mich nicht sehen. Ich bin ein Ninja. Schau die Wissel wieder. Die mit dem Geweih. Wieso sagen die nicht einfach Elch? Okay, da treiben es zwei. Die sind bei der Brunft. Das wäre doch... Also, man kann doch ganz ehrlich, man kann die doch nicht beim Geschlechtsverkehr erschießen. Ach, das ist gar kein Geschlechtsverkehr. Das ist nur die Brunft. Ja, ich will doch gar nicht das Female erschießen. Das da ist der Kerl. Richtig? Tu mal den Kopf hoch, ich will deinen Geweih sehen. Ja, das ist der Kerl. Okay, einen soll ich noch jagen gehen. Ich bin aber genau in seiner Windrichtung. Wir schauen mal. Vielleicht finde ich den auch von hier aus. Nee. Nochmal pfeifen. Keiner in der Nähe. Ah, da ist er wieder. Antwortet mir auch. Okay. Schöver, der irre Jäger. Genau. Das passt zu ihm. Da steht er. Hallo, Süßer. Ich mag dich. Ich will dich eigentlich nicht töten, aber ich soll. So. Nähere dich dem Vapiti-Kadaver. Jetzt haben wir vier von den schönen Hirschen erschossen. Es tut mir wirklich eigentlich ziemlich leid um die. Und ein bisschen würde ich einfach nur einen erschießen und den dann in Ruhe essen. Also Wild ist so lecker, ja. Vor allem Wildschwein. Alter Schweder. Das ist... Da gibt es fast nichts Geileres. Aber wir sollen jetzt erstmal den Kadaver fotografieren. So was richtig makaber machen. Warte. Machen wir es richtig makaber. Oh, sorry. Das... Nein, das wollte ich gar nicht. Ähm... Ich muss, glaube ich, so sein. So, jetzt Handy raus. Kamera. Ah, nee. Das stand ich doch falsch rum. Okay, Moment. Wenn schon, denn schon. Ach, das geht auch noch nicht. Warte. Ach, Vieh, positionier dich doch mal besser. Okay, ich muss noch ein bisschen da rüber. Yeah, ich beim Jagen. Chillig. Schicke dieses Bild an Cletus. So, Rekieska hat den Patschen, mein Freund. Und jetzt sind wir fertig mit Jagen, oder? Nein? Doch, jetzt antwortet er. Klasse! Äh, hab ein GPS-Signal und alles. Ich schätze, das könnte klappen. Rufe dich jetzt an. Okay, dann ruf mal an. Und da ruft er an. Got the photo. Another nice kill. So, this is what I'm thinking. All this demand for wild raised meat with them city folks right now? If we divide and conquer, I reckon we could make ourselves a tidy little sideline. Text me a photo of your quarry. I'll let you know what it's worth. And come by to pick it up soon as I can. I like my meat with some age on it anyways. What do you say? Yeah, I say we'll see. I got a few other irons in the fire at the moment. All right, well, the offer's there. And you can keep that elk collar. Was my grandma's before she passed. I'll be hearing from you.